Was kann ich für dich hier machen? Ich fühle mich, als ob ich mich verbringe. Und ich sterbe von Angst. Das stimmt, ich habe ja eine Wasserflasche gehabt. Hier geht's. Thirsty isn't good. How's her forehead feel? Hot. Besser. Das ist wahrscheinlich Sepsis. Je schneller wir zu Richmond, desto besser. Oh, oh Gott dammit. Mel, es wirklich wehlt. Hey, du bist gut, Kate. Ich, ich versuche nur realistisch zu sein. Ja, ich versuche optimistisch zu sein. Und ich bin pessimistisch. Javi. Wir beide wissen, was kommt. Ja, Kate. Wir wissen. Und das wird so gut sein. Aber vielleicht ist das meine Chance für... Christ. Ich weiß nicht. Ein Geheimnis. Nicht viele Leute bekommen diese. Ich wäre eine der Glückwunsch. Ich kann's doch nicht verhindern. Ich kann's doch nicht verhindern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist das besser. Er braucht nur die Geheimnis. Und vieles. Ich hoffe. Ich hoffe so. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. Hm. No. It's on him. He's not gonna take my advice anymore. That doesn't mean he doesn't need you. Ja, genau. Hey! Careful! Was soll sie denn machen? Hm. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Huh. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. Flashback? Rückblick? Roma? Wenn nicht. Okay. Ist das jetzt Richmond? Richmond? Da gibt's nen Diner. Äh. Vorgefahren? Wann das denn? Great. Was jetzt? Ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Was ist denn? Was ist denn? Well. Wir haben ein paar Fahrzeuge in der Unterpass. Zu viele, um zu fahren. Was kriegen wir hin? Was kriegen wir hin? Für uns ist es nicht praktisch. Das ist richtig. Du gehörst nur zwei, oder? Nur den da? Irgendwas zum... Wartet mal. Ivan. Red. Äh, genau. Wir machen's mal von rechts nach links. Weiter. Ah. Clementine. Was genau? I had a... a friend. Her name was Jane. Having people is nice. But it always ends up hurting in the end. Never think otherwise. Is Kate? Jane? Okay. Da hab ich mich vertan. Guck mal, ob's hier rechts nicht noch was gibt. Ne. Gibt's nix. So. So. We were just talking. She seems pretty cool. So. Those might come in handy. Wartkabel. Cool. You good? Nah man. I'm not good. I know. Let's just get this shit over with. And get the Richmond. Hallöchen. How are we doing? Eh. Conrad doesn't look too good over there. Tell me about it. He's a good man, Javi. Known him a long time. This is... just a dark day for him. Yeah. Keep an eye on him for me. Alright? Mach ich. Alles kennt Dinge. So. Erst das Autowrack ansehen. Dann drücken. Jesus. How the hell are we gonna get that out of the way? Die mir trotzdem schiebt. I don't see any tow trucks. Nope. Ja, na und? So. Wollen wir jetzt den Abschleppwagen. Können wir dann... ... ... ... ... ... ... ... Hier. Warte mal. Aha. Might be worth checking. Jo. Bitte. Jo. Oh. indo. Wo. Wo. Hey. Hoa. He. Hm. Hm. Oh. Dann greifen. Er sollte tot sein. Eeeeeh, na gucken mal. We need the power it somehow. Oh no. Und? Und? Da ist ja Ja. Warum sollte ich? Alter, man startet erst das andere Auto, du Pfeife. Wo du es angebracht hast. Du nicht laut, Alter. Zombies. Hä? Drei Schüsse hast du für dieses Ding gebraucht. Elinor, jetzt! Go, go, go! Just drive! Get her to Richmond! We're right behind you! Na, ich glaube auch nicht. They're through! Let's go! Hatte doch getroffen! Hm. Ah, der Teufel ist noch so klar. Ähm. Komm schon! Der Fall. Iiii, der ist engeslammt. Ey, ich hab doch geschossen! Au. Wow. Kann da hinten aber nicht auch grad zusammen wie du saßt? Ähm. Hoch. Komm schon! Ah, sehr gut. Aber... Ne, leider könnt ihr ja nicht klettern, die Idioten, ne? Nein, hör doch... Gott, ich weiß es, der hierẳt nicht richtig ist. Wat der hellen wir machen wollen? Wir müssen mit einem anderen Plan. Oh, was eine tolles Idee? Ein Plan? Wer hätte gedacht? Wir brauchen ein Plan! Das ist eine tolles Idee. Ja, das ist eine tolles Idee. Wir haben keinen Geir, hin? Wir müssen mit unserer Reise aufpassen. Nicht so, ich mag unsere Kosten. Great! Das ist einfach großartig! Was ist doch das? Wir werden mit dem? Ja. We don't want any trouble, okay? What the hell? He's gone. Everyone stay here and keep behind cover. I'm gonna see what I can find out. Be careful. Ja, super. Nicht schießen, egal was du machst. Habi. Ich hoffe, ich schieße jetzt nicht einfach so. Super, man sollte doch nicht immer auf die Quick-Time-Events gleich sofort reagieren, oder? Die anderen Zombies kommen ja schon mal nicht rein. Ja, genau. Über so ein wackeliges Brett gehen. Bist du doof? Ähm. Egal was kommt, ich werde nicht auf den schießen, aber das ist eh nur eine Falle. Nope. Eh nur ein Fake. So, wie bist du? Hey, Jesus! Okay, dann rede ich da. Okay, dann. Du, die zwei Leute da sind, die Kinder, die Frauen in der Auto, ich habe dich verletzt. Ja. Ich habe das kleine Argumente gehört, gerade jetzt. Deine Freunde da sind nicht mich verletzt, oder? Ich habe das kleine Argumente gehört. like yesterday yeah you seem pretty familiar for people who just met it's been a long day the rich man that tells me you got something to do with what's going on down there was the question is whose side you want look man I don't know what you're not even seriously now I'm not going to do it probably now I could take off but I didn't want to do it but well you did it heute gemacht. Hm. Er war her, dass sie noch was an Zeichen hat. Ah, das ist gut. Nein. Fuck. Das ist gut. 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 Ja, das ist gut. Ja. Jetzt wieder. Wir wollen uns so calm sein. Sie werden sie fucking killen! Nicht, wenn wir zu ihnen erst kommen. Es gibt ein altes Tränen-Tunnel, die unter der James River läuft. Von dem ich höre, es sollte ein langer Schritt nach Richmond sein. Ein Tränen-Tunnel. Ich könnte euch da führen. Und, uh... Ich weiß, dass ihr alle Fragen habt, heute. Aber vielleicht, ihr könnt euch die Fähigkeiten erst. Lohre als meine Fähne? Wir werden dich um, und sicher, dass deine Geschichte rauskommt. Hmm... Das ist wirklich nicht notwendig. Ich weiß nicht. Wir haben nur diesen Mann kennengelernt. Lohre deine Fähigkeiten. Ich sage runternehmen. Do you trust me? Oder nicht? Ich sage runter. Das ist wie mit Lee damals. Man weiß nicht, was man sagen soll, aber... Ready? This way. Hey! Was haben wir dich? Ich hab's gewusst. Jesus. Na super, wir haben Flashbacks. Oh! AJ! Ich bin so groß geworden. 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 Nochmal. Ich werde irgendwas davor ziehen. Wenn ich reinkomme. Direktkt sowas. Jib, das klappt schon mal. Herrिher, bel убgeben sich halt. Ssssssssssssik undžsie antzen. Jib, das klappt schon mal. Was ist das? Ja, ich glaube, das ist das. Christoph. Ja, AJ, bleib da. Guck! Goddammit! Well, I'd say we make a pretty good team. Two of us. The three of us, I mean. Thanks, I guess. No problem, kiddo. Anytime you need an oversized doorstop, you know who to call. He's a cute kid. You guys live in here? Nope. You seem kinda young to be a mom. What are you, 13? Damn. You're a child yourself. I knew his parents. But they're gone now. I'm all he has. Then he's cute and lucky. He has someone looking after him. Not much of that anymore. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary. And then ordinary. And then chaos and... Shit. Those bastards are slow. But goddammit, when there's enough of them. I got separated from the others. God. I hope they all made it. Thought we were ready for anything. But they were all around us before we saw them. What were you doing? They were scouting for gas, water. Any supplies we could find really. Sure as hell was worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them at least. Oh my... By the way... I'm Ava. And my group... We call ourselves... The new frontier. Ah, scheiße. He's hungry. Hey... Why don't you come with me? Meet my people. We have food... Blankets... Bottled water... Come on. Dinner's on me. Nee. Erstmal nicht. Danke. Groups aren't really my thing. No woman is an island. Have it your way. But you did me a solid here. I won't forget it next time we cross paths. There is no next time. We'll see. The world does work in mysterious ways. Oh, man. There will be a littleız. I can't hear it. Oh, man. Ah, man. Oh, man. Oh, man.